Scheiße, es klappt. So, Scheiße, Hallihallo. Ach ja. So, Hallihallo, zu Elden Ring. Ich habe lange studiert, wie ich auf das Scheiß Mausoleum hier im Sehentag kommen. Das zweite Mausoleum, was ich bis jetzt gefunden habe. Es hat lange gedauert, aber ja. Es hat gar nichts mit diesen Spacken hier zu tun, nichts mit den Polen, der mit den Flügel am Rücken. Die Polen haben auch nichts damit zu tun. Nur dieses verschissene Ding. Es muss ein bisschen wandern, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht, ja. Mal gucken. Hier findet man nämlich hier das Sprung und dann ganz am Schluss irgendwie, habe ich vorher nämlich auch geschafft, Flying Horse spielen. Ja. So geht ihr nicht kaputt, ja. Also ihr müsst es ein bisschen wandern lassen, ja. Ihr braucht ein bisschen Geduld, ja. Und dann versucht man das einfach ab und zu mal, ja. Und dann wird es schon klappen. So. 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 Mit Schnelllauf und Wuppi. Na scheiße fast, ne. Gib denen noch einen Schritt. So. So. Mausoleum die zweite. Ich hoffe, wir kommen ja auch jetzt da rein, ich weiß es nicht. Ne. Und dann müssen wir hier in den Schimmel vom Pimmel schlagen, da war ja was. Da bin ich der Meinung. Ja, das haben wir noch. Ja, es bricht ein, glaube ich. Sehr schön. so mausoleum die zweite dankeschön fürs zusehen und tschüss